Wir können das innere Waisenkind in uns tragen, wenn wir die Erfahrung des Verlassenwerdens in unserer Kindheit gemacht haben. Diesen Schmerz können wir auf so vielen Wegen erfahren, nicht nur wenn eines oder beide unsere Elternteile uns wirklich verlassen haben. Wir können unser Leben damit verbringen, das Loch zu füllen, das die Erfahrung des Alleinseins, des Verlassenseins hinterlassen hat. Aber auf diesem Weg riskieren wir, unser Zuhause stets auf andere zu projizieren und damit in Abhängigkeit zu bleiben, weil wir einen äußeren Ersatz für unsere innere Heimatlosigkeit suchen. Wir müssen den Ort in unserem Herzen erreichen, an dem wir uns selbst bedingungslos lieben können und uns selbst annehmen mit allem, was wir sind. Wir müssen das Zuhause in uns finden und unsere inneren Eltern erwecken.